Und willkommen zurück! Genau, es geht weiter! War er schlecht? Er war. Alles okay? Irgendwie hat da erst noch nichts zu sein. Deswegen gehen wir jetzt, wie gesagt, den Tag raus. Wie geht's? Gut. Willst du nachher schauen? Ja! Lass uns nachher schauen. Okay. So. Ja, guck mal! Päbidino! Denkst du, du kannst nichts damit machen? Du weißt, was ich könnte? Was ist das? Hm. Es ist universal. Ich könnte es programmieren, um mit diesen TV zu arbeiten. Ich hoffe, die Power ist noch viel. Du kannst das einfach machen? Ich habe alle die Kode, als ich in der A.V. Lass es versuchen. Hey! Das ist ja mal richtig praktisch. Das ist ja mal richtig praktisch. Das ist ja mal richtig praktisch. Ja. Aber, ne? Richtig. Nur ein paar und dann auch nur für kurze Zeit. Das ist dann ein bisschen sehr kacke. Okay. Ach, jetzt kann ich ihm... Da. 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 Wie kannst du sicher sein? Da. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Du willst diese Tür öffnen? Was über das? Du hast den Kabel, oder? Nein. Hat jemand es noch nie? Schau, Mann. Es waren viele von diesen Dingen, die hier in zu kommen. Und jetzt können wir nicht wieder auf die Straße gehen. Wir haben auch einige egregieere Feuerkode-Volationen. Wir können ja hier nichts machen. Okay. Die ziemlich abpackt ist. Was müssen wir jetzt tun? Ich hab echt keine Ahnung, oder? You're my guy. Okay. Ich rede mit Carly. Everything okay? Ja, warte! Nein, hör doch auf! Okay, dann rede ich halt mit ihr. Hey there. Äh, bist du bereit für da draußen? You ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. Moment mal. Wo, wo, wo? Wat? Wat? Hä? Hat sich Glenn gemeldet? Hä? Hab ich mal wieder irgendwas nicht mitbekommen? Ich glaub, ich bin total behindert. Ich versteh's nicht. Ich glaub, ich bin echt... Was kommt denn da jetzt bitte? Oh, nur ein Asiate. Puh! Jesus, Glenn! Oh, right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way! We gotta go now! Das ist eigentlich schön, ne? Das ist eigentlich schön, ne? Und dann, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to answer, I wasn't. That's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. And I ended up hiding in the ice machine. Lucky you! Now let's go! We can't just leave her. Damn right, we can. Ah, was machen wir jetzt? I'm saving her with or without you. Think about it with you. Das ist echt schwer, fuck. Let's save Glenn's damn so in distress. Ja, ich weiß nicht. Klar, ich würde der Frau vielleicht auch helfen, aber... Ich will doch auch dem alten Mann irgendwie helfen. Ich kann nicht jede Person retten. Naja, okay. Ach, das sieht hart aus. Sehr viele Untote. Mit der Pistole umzuschließen. Selbstmord. Und wir wissen nicht, wie hart es wird, um sie aus diesem Raum zu holen. Ja, es ist aufgelistet. Also wir müssen alle von ihnen in hier töten. Schmerzen. Immer diese Dinge. Jetzt schauen wir mal. Hochgucken. Oh Mann. Untergucken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach rechts. Oder? Sollen wir? Ich weiß es. Wir gehen einfach mal hin. Einfach rennen, rennen, rennen. Guten Tag. So. Oder rein. Kannst nicht einfach reingucken. Komm. Au. Hey Mann. Das hat etwas Achtung gemacht. Sei vorsichtig. Wir müssen irgendwie an den Schraubschlüssel kommen. Aber wie? Wenn wir noch weiter laufen. Hä? Ich habe eben nach oben gedrückt. Dann macht er das gleiche, wie wenn man nach rechts drückt. Naja, okay. Wir haben keine Waffen, um den zu töten. Deswegen, glaube ich, gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Wir müssen uns hier allgemein mal umsehen, glaube ich. Wir gucken einfach mal, ob wir hier irgendwas finden. Wir konnten jetzt hier noch nach links, meine ich. Auf jeden Fall ist hier ein Kissen. Gut, Glücklich, sie zu Todes zu töten. Das ist das wirklich, was ich in der Kopf habe. Ähm. Damit ihr versteht, was ich gerade vorhabe. Ich habe jetzt gerade ein Kissen gefunden, ne? Und ich finde, es ist einfacher, irgendwie das Kissen auf jeden Fall auf sein Gesicht zu drücken. Also von dem Kumpel hier, als bei dem dabei, ne? Wir kämen bei dem von hinten und das wäre halt blöd, ne? Bei dem können wir das einfach so von vorne einfach drauf drücken. Das war eine gute Idee. Kam ja auch von mir eigentlich, wa? So, der Kumpel ist tot. Würde ich sagen... Gucken wir mal rein. Okay, nimmst du eine Kerze. Das ist schon mal gut. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Machen wir das hier los. In Ordnung. Können wir jetzt das Auto schieben? Ey! Nein! Mach dir das, was ich denke. Oh! Kaboosh! Das ist großartig! Wie dieses Kumpel sind immer wieder kurz nach unten gucken. Was geht da ab? Es ist vegan, es ist Fleisch. Ja, du weißt das, was drin ist. Deswegen musst du es, äh, dich nicht fragen. Kann mich raten. Wir nutzen jetzt das Ding. Warte! Hä? Hä? Moment. Könnt ihr mir das mal bitte erklären? Wir hätten doch gleich das ganze Ding nehmen können, da reinwerfen. Warum denn das kleine Ding? Das könnte ein Gehirn ziemlich gut schrauben. Das ist genau das, was ich dachte. Wir kommen jetzt von hinten an und stecken schön unseren Schraubschlüssel in den Hinterkopf. Und zum Christ, Motherfucker. So. Hier ist noch einer. Komm her. Ich warte, dass er näher kommt. Oh. Es hätte aber auch echt böse ausgehen können. Da haben wir jetzt fast alle, außer den Kumpel hier. Und ich glaube, das kriegen wir relativ gut hin. Er steckt ja fest. Ja, Bom. Jeix. Jetzt sind wir hier, aber im Shining-Modus. Hier ist Lee. I'm coming to get ya. Where is the Lavia? Ja, ja. Bleibt ganz weit hinter mir. Natürlich muss das Schwarze vorgehen. Ist ja nicht so, als würden die immer relativ früh in einem Horrorfilm sterben. Naja, easy. Ich mach das schon. Ich wäre nicht irgendein Schwarzer. Ich bin Lee. Everett? Everett? Ich hab's gerade schon wieder vergessen. Egal. Hi. Und boom. Wow. Ja. Boom. Geil. Wer dich aufmacht, der muss jetzt spüren. Hier ist Lee! Ah, okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Glenn. Ich will sie nicht aufgeben. Ich kann sie verstehen. Ich glaube, ich würde das auch tun, wäre ich in ihrer Lage. Gib es ihr. Was? Du kannst nicht ernst sein. Mach es. Nein! Schau an sie, Carly. Ja, richtig. Okay. Okay. Fine. Was? Warum nicht? Weil jemand die Räume anbelangt. Ich verstehe. Sie können es nicht verlassen. Sie zwei gehen. Okay. Sie müssen es sich mit ansehen, wir machen das. Was? Sie sind sicher? Ja. Ich bin hier mit dir. Nein. Du bist ein guter Mann. Hm. Scheiße. Es gab keinen anderen Weg für sie. Es gab echt keinen anderen Weg. Es ist halt scheiße. Moment mal. Ich rechte eins und eins zusammen. Wir haben immer noch die Axt. Das bedeutet, wir können vielleicht draußen das Tor öffnen. Ey. In der nächsten Folge kommen wir wirklich vielleicht an die verdammten Schlüssel und können die Pillen für den alten Knacker holen. Und ihr wisst, was das heißt, wenn ich sage, in der nächsten Folge. Genau. Das war es dann auch schon mal wieder mit dieser Folge The Walking Dead. Und wie immer, denkt dran. Love ya. Und bis dann.